Mein Job bei Internorm ist, ich bin Fenstermonteur, mache das jeden Tag für meine Kunden. Am Montieren selber wird in der Früh die Zeit zusammengepackt. Wir fahren auf die Baustelle. Wir haben meistens zwei Montagetrupps, die alles machen von Einbau, Einschäumen etc. Und wie gesagt, der Tagesablauf ist dann so, wir fahren in der Früh auf der Baustelle und machen nachher, wir stellen alles in die Waage, es wird eingeschränkt, eingedübelt und die ganzen Sachen, wie gesagt, von A bis Z fertig gemacht zum Verputzen. Einfach die Ausführung, die Qualität, das Design ist einfach das Um und Auf gegenüber der Konkurrenz. Wir sind einzigartig. Internorm in einem Wort würde ich beschreiben als großartig. Wieso? Weil mich die Produkte von Internorm selber begeistern und deswegen ist das eine ganz klare Sache. Also Leidenschaft in meinem Job bedeutet für mich, dass wenn ich am Ende des Tages von meinem Kunden wegfahre, dass der einfach begeistert ist von meiner Arbeit. Das Besondere bei meinem Job bei Internorm ist einfach, dass ich die Produkte, die wir lange entwickeln, einfach beim Kunden einbauen darf und ich erfreut habe und der bekommt, der Freitag.